hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von fallout 4 next game update 2024 modded mit sims settlement 2 und kleinigkeiten wie zum beispiel ich habe piper eine neue mod reingemacht ja ja hallo rede mit mir diese besser aus aber sie zahl okay sprich mit mir die sie doch viel besser aus als für die andere piper gut was machen wir denn hier in guten neighbor erstmal licht aus es ist morgens bei mir jetzt wo ich aufnehmen die folge kommt nachher frisch auf den tisch deswegen verzeiht falls ihr im hintergrund die autos hat bei mir ist eine große baustelle in der nähe und die autos werden umgesiedelt umgeleitet und fangen bei mir ja gehen wir mal rein verdrehen so schauen wir mal was da los ist ah ja mongolia mal sehen wie die aussieht jetzt ja danke habe ich auch vor was ist denn hier passiert ein gambler was mcgready was mcgready äh äh wer ist die sängerin das ist magnolia die blume des third rail wenn du mehr über sie wissen willst musst du sie schon selbst fragen also willst du jetzt was bestellen das third rail ist das dein laden nehmann der laden gehört hancock der alte charlie sorgt nur dafür dass der boden sauber ist und die drinks schmutzig sind also willst du jetzt was ich schau mal was du hast ich will eigentlich nichts kaufen ich brauche ein verdorbenes mädchen für einen schmutzigen job blut und leichen auf der straße sowas in der art interesse äh ich will erst mehr details ich habe einen kunden der anonym bleiben will er bietet ordentlich geld für einen ausputzer job drei orte alle personen dort keine zeug der haken ist alles in der stadt in den alten lagerhäusern daher sind meine sonstigen leute raus das wäre zu auffällig und da kommst du ins spiel es gibt 200 kronkron bezahlung nach dem job und keine sorge ich bekomme schon mit wenn du die sache erledigt hast ich arbeite nur wenn ich weiß wer die rechnung bezahlt okay man ist ja jetzt auch kein großes geheimnis für wen ich arbeite bürgermeister hancock zahlt die kronkron ist ein interner politischer machtkauf du weißt ja wie das ist hey darüber musst du dir keine gedanken machen räume einfach die lagerhäuser leer dann wirst du bezahlt ich erledige das auf jeden fall also los mit dir du musst ein paar leute weg putzen ja die lehnen das alle ab interessiert mich nicht äh pressen du kannst eigentlich schon mal zur burg gehen was hältst du denn davon pressen reden meinst du wir sind bereit die burg zurück zu erobern äh äh was ist denn mit dieser burg passiert wenn sie doch so gut befestigt war das war lange vor meiner zeit aber ich habe gehört dass irgendeine art monster aus dem meer gekommen und das fort zerstört haben soll viele der anführer wurden in dieser schlacht getötet und ich schätze dass niemand das risiko eingehen wollte die burg zurück zu erobern soll ich einen stoßtrupp in die nähe der burg beordern ja machen wir das wir werden etwas die gegend erkunden und vor der burg auf dich warten wir sehen uns da die burg habe ich auch gemoddet so zur stadt ist sie gar nicht mehr spoiler so was ist denn da los kann dir gar nicht sagen wie überrascht ich bin dich in so einer müllhalde zu treffen ich habe mich schon gefragt wann deine bluthunde mich wohl finden wenn hat fast drei monate gedauert sag mir nicht dass du langsam einrost ist erledigen wir das draußen du verstehst das falsch ich bin nur hier um eine botschaft zu überbringen falls du es vergessen hast ich bin kein gunner mehr ja habe davon gehört aber du arbeitest immer noch im commonwealth das können wir nicht akzeptieren du hast mir nichts zu sagen nicht mehr also nimm deine kleine freundin und geh hier raus solange du noch kannst was sag mir dass wir uns diesen dreck nicht anhören müssen winlock hör zu mccready der einzige grund warum wir dich noch nicht mit kugeln vollgepumpt haben ist dass wir keinen krieg mit gut neighbor wollen wir respektieren nämlich grenzen wir wissen wie man das spiel spielt das hast du nie gelernt freut mich dass ich euch enttäuschen konnte spiel von mir aus den harten kerl aber wenn wir mitbekommen dass du noch immer in gunner gebiet arbeit ist bist du dran verstanden war's das ja das war's komm war mccready wie siehst du dann aus na du hey hör zu lady wenn du über das atom predigst oder einen freund suchst bist du hier falsch wenn du einen söldner suchst dann können wir uns unterhalten äh mag sein erzähl mir doch zuerst mal ein wenig über diese typen zwei vollpfosten die die erfolgsleiter rauf wollen indem sie auf dem weg nach oben auf alle anderen treten das sollte dich aber nicht überraschen so ist das nun mal bei den gunnern hab noch nie von den gunnern gehört wer sind die sie sind eine der größten banden des commonwealth haben einen ruf als verrückte du weißt schon so neben der spur dass man sich für ein kult halten könnte war eine weile bei ihnen weil das geld stimmte aber ich passte nicht zu denen deswegen habe ich einen schlussstrich gezogen und mich selbstständig gemacht gut wie steht es mit dir woher weiß ich dass ich mir keine kugel in den rücken einfange gar nicht es ist teil des risikos nicht wahr da kann man wohl nichts machen weißt du was der preis ist 250 kronkorken im voraus und gefalscht wird nicht was meinst du wie wärs mit 100 gut wenn ich hier rumsitze und trinke verdiene ich auch nicht mehr abgemacht okay wir klauen nicht ja dann los ich bin am überlegen so sollen wir zur burg oder sollen wir erst hier den kram fertig machen außerdem habe ich hungerdurst und ja badebildschirm wir können ja so machen wir machen die drei lagerhäuser und dann gehen wir zur burg hey leute kommt mal her lasst uns ein bisschen reden ein bisschen labern ich weiß dass ihr alle euer eigenes ding macht aber ich will nicht dass ihr darüber ver- sorry ich muss äh und wo ist mein getränk ach nudelschal hätte ich auch noch nudelschal hätte ich auch noch Wir Freaks müssen zusammenhalten. Und das geht am besten, wenn wir darauf achten, was uns auseinander treibt. Versteht ihr? Ja, so sieht's aus, Hancock! Also, was in unserem großen, netten Commonwealth will uns auseinander treiben? Was für ein bösartiges, gefährliches Schreckgespenst will unserer friedlichen Gemeinschaft schaden? Das Institut und seine Söhns. Ganz genau. Wer hat das gesagt? Komm nachher in meinem Büro vorbei. Du hast dir etwas Jett verdient. Das Institut. Das ist der wahre Feind. Nicht die Raider. Nicht die Supermutanten. Nicht mal diese Penner drüben in Diamond City. Ich weiß nicht, Hancock. Ich würde mit Donner schon gern mal in den Arsch treten. Hey, ihr wisst alle, dass ich meinen ganz persönlichen Streit mit dem Idioten hab. Aber wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ich will, dass ihr alle das Institut im Hinterkopf behaltet. Passt auf, ob sich jemand plötzlich komisch verhält. Ob jemand Dinge tut, die ihr normalerweise nicht tut. Ob Verwandte euch plötzlich ohne Grund nicht mehr sehen wollen. Wir alle wissen, wer hinter dieser Art von Scheiße steckt. Und der einzige Weg, das zu verhindern, ist, zusammenzuhalten. Sie können uns nicht kontrollieren, wenn wir keine Angst haben. Also, wer hat Angst vorm Institut? Wir nicht. Und mit welcher Stadt im Commonwealth sollte sich das Institut besser nicht anlegen? Good Neighbor. Und wer hat in Good Neighbor das Sagen? Hey, Korak. Aus dem Volk. Gut, bravo. Gut gesprochen. Peace, Schwester. Peace. Seine Klamotten hab ich auch gemodelt. Einfach MacReady, Black, bla bla bla. Irgendwas. Dein Kumpel MacReady hat hier in Good Neighbor einen Ruf als guter Schütze mit Misa Lau. Ja, das gefällt mir doch. Ähm. Ähm. Andere Seite. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Ich wollte nämlich mal schauen. Hallo, Cleo. Hallo. Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Ähm. Ähm. Wer... Was... Bist du? Ich bin eine Frau, Baby. Siehst du das denn nicht? Oh. Na klar. Es sind nur... Diese ganzen Metallplatten. Du bist ein Roboter, oder? Ein sehr... Weiblicher Roboter. Bezeichnung? Aggressotron. Entwickelt, um verschiedene sicherheitsrelevante Aufgaben für den Menschen zu übernehmen. Abschließendes Urteil? Warum für Menschen arbeiten, wenn man für sich selbst arbeiten kann? Neue Bezeichnung. K-L-E-O. Cleo. Gänzlich unabhängige Kleinunternehmerin. Roboterhaft genug für dich, du Schwätzer? Also was darf's sein? Du bist ein Aggressotron? So haben mich meine Erbauer genannt. Aber ich denke, ich bin eine Frau. Und mir gehört ein Laden, in dem richtig große Knarren verkauft werden. Also was darf's sein? Dann lass mal sehen, was du so hast. Eine Waffe für jede Gelegenheit. Okay. Ich hab aber kein Geld. Aber vielleicht kann ich dir ja was verkaufen. Ja, zum Beispiel das alles. Und ein bisschen Buff Out. Und Jet vielleicht noch ein bisschen. Meist kann's haben. Ich nehm sowieso keine Drohung. So. Was haben wir noch? Psycho. 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 So. Dann zeig mal. Was hast du denn? Was? Partystarter. Oh. 10.000? Warten die Preise hier gemacht. Echt? Jetzt? Seit wann sind die denn so teuer? Ist das ein Heul? Puh. Schöne Knarre, aber da bräuchte ich auch Patronen für und dann habe ich wieder kein Geld. Gehärtet und panzerbrechend, Kampfflinte. Ich würde sagen, ich kaufe nichts, weil das finden wir alles. Außer jetzt natürlich die Ständchensachen. Ständchensachen. Ja, ähm. Hast du sonst noch was? Oh, so teuer. Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass das so teuer war. Okay. Ich kaufe mal davon welche und 10 mm brauche ich. Und dann sind wir schon wieder nicht im Geschäft. Ah, hier, die kannst du da haben. Schrupperturm brauche ich auch nicht im Moment. Ach, da, ja, komm, kannst du auch ein paar von haben. Okay. Auf der See. So, dann gehen wir noch kurz zu ihr. Ich weiß, dass sie auch noch eine Quest hat. Hallo, Daisy. Hallo. Ghoul. 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 Tja. Ghoul. Da lebt man lange, da hört man irgendwann auf, die Geburtstage zu zählen. Kannst du dir vorstellen, was es bedeutet, so alt zu sein? Ja, kann ich. Jetzt machst du dich doch über mich lustig. Wenn du so alt wärst wie ich, dann hättest du noch die Zeit vor dem Krieg erlebt. Dann lass mal hören. Komm schon. Wenn du so alt bist, dann erzähl mir, wie die Welt vor dem Krieg war. Ich hatte ein wunderschönes Haus, einen weißen Lattenzaun und das grünste Gras, das du dir vorstellen kannst. Es war so friedlich. Ja, das war's, oder? Tut mir leid, meine alte Dame, die weint, ist sicher das Letzte, was du sehen willst. Nun, du bist entweder der besterhaltene Ghoul, den ich je gesehen habe, oder der zweitbeste Betrüger in Goodneighbor. Das ist die Wahrheit. Wirklich. Weißt du was? Du solltest dir mal das Hotel Rexford ansehen, falls du das noch nicht gemacht hast. Da hängt noch ein Vorkriegsskuhl rum. Naja, kommen wir wieder zum Geschäft. Was darf's denn sein? Hast du Arbeit für mich? Ja, hab ich. In der alten Stadtbibliothek Bostons haben sich Supermutanten festgesetzt. Ich habe schöne Erinnerungen an den Ort aus der Zeit, als ich noch klein war. Und ein Mensch. Vertreib diese Monster von dort, dann zahle ich dir 200 Kronkorken. Was ist ein Supermutant? Sie sind groß, grün und zerstören oder töten alles, auf was sie stoßen. Abgesehen von anderen Supermutanten. Deshalb habe ich ja die Belohnung ausgesetzt. Also, was sagst du? Kannst du mir sonst noch was über die Bibliothek sagen? Eine Menge der Vorkriegsgebäude haben automatisierte Sicherheitssysteme. Roboter, Geschütztürme, sowas in der Art. Auch viele Computer. Ich hoffe, du übernimmst den Job. Fällt dir vielleicht schwer zu glauben, aber als Kind war ich ziemlich schüchtern. Bücher waren während meiner Jugend meine besten Freunde. Abgemacht, Daisy. Danke. Hey, wenn du schon mal da bist, könntest du für mich dieses Buch zurückbringen? Ich hab es aus der Bibliothek. Frag lieber nicht, wie lange es schon überfällig ist. Okay. Haben wir das auch? So, dann machen wir uns doch mal ran an die... Ah, ist mein Level-Up. Was nehmen wir denn? Hm. Maschinengewehr habe ich nicht. Ah, wir könnten mal auf Beweglichkeit gehen. Oder soll ich... Ah, wir machen Intelligenz voll. Intelligenz ist immer gut. Und dann... Und dann... Dem sieht er aber... Oh, gut, wo er bei Banker hell... Wenn ich freine Fliegen schmerzen muss jetzt... Ja. Bobby können wir auch noch nachher machen. So, ich hab jetzt nur beides. Ja, Bobby ist Bobby. Was du wurdest, wo ich gesehen habe, ist mir doch egal. Was machst du da? Äh, nein. Nein, nein. Bleibt ruhig. Was? Ja. Was zum... wir nehmen alles natürlich mit du interessierst mich nicht mehr ich habe da ist geht um aus dem weg ich möchte hier wartet wie war das denn ja ich habe vergessen die aus ich habe die doch ausgerüstet warum fliege nimmt das dann nicht ich weiß auch nicht manchmal ist das spiel auch nicht freundlich mit mir ich habe es ausgerüstet man schmeißt doch mit dem schügel left abgemacht daisy danke hey wenn du schon mal da gut noch mal sie um der hexerei so so na Ladebildschirm. Na komm. Putt, 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 putt. Gerade fing es an mir Spaß zu machen. Okay. Wir teilen das alles, nicht wahr? Das gehört jetzt uns. Was denn? Bist du echt so dumm? Eine Angel? Okay. Was war sonst noch hier? Sicherung? Ich brauche Öl. Öl ist immer wichtig, dass wir es nehmen. Hey, wenn es Ihnen so wichtig wird, sollten Sie es nicht einfach so herumliegen lassen. Hm. Was hast du vor? Das ist ein Hinterhalt. Okay, außenweg. Nachdem ich dich erledigt habe, erst mal entspannen. Anpassen! Dogmeat wird wieder, nicht wahr? Ja, der wird wieder. Schlechter Verfassung. Oh, ich bin tot. Ich glaube, das wird nichts in diesem Part mehr. Ja, ihr Lieben, dann beende ich den Part. Ich weiß, es ist ein blödes, blöder Break. Aber ja. Irgendwie, äh, ja. Abgemacht, Daisy. Danke. Hey, wenn du schon mal da bist, könntest du für mich dieses Buch zurückbringen? Ich hab es aus der Bibliothek. Frag lieber nicht, wie lange es schon überfällig ist. Also, zur Bibliothek werden wir noch lange nicht gehen. Das, 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 das sei euch gesagt. Aber ja. Wir waren bei Daisy, haben den Old MacReady und Piper und, ja. Und jetzt, äh, muss ich noch ein Fundmail irgendwie hinkriegen. Und bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentare, Tipps und Tricks für immer. MacReady, ich will gerne neben dir stehen. Aber irgendwie klappt das nicht. Nee. Oh. So. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Adios.